Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Samstag, 13. April 2024, ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast, T-Shirt Wetter in Deutschland, wie man bei uns auch sehen kann, TJT T-Shirt Wetter, ich hoffe ihr hört uns heute beim Spazieren, beim Fahrradfahren, beim Grillen, ich hoffe ihr habt einfach eine gute, richtig schöne Zeit, wir haben in der Zeit eigentlich das gemacht, was wir immer machen, Wrestling schauen. So, auch heute die erste Ausgabe von SmackDown nach WrestleMania stand an, wir sprechen drüber jetzt, ich bin, wie ihr unschwer erkennen könnt, nicht Marcel Weber, ja, meine Stimme ist wandelbar, aber jetzt auch nicht so wandelbar, hier ist der Tobi, denn der Marcel laboriert weiter an Krankheit, wir wünschen ihm weiter gute Besserung und sagen, Comeback Stronger, so eine Weber Mania, die kostet Kraft, muss man sagen und deswegen soll er sich mal gut regenerieren, lieber Marcel, ganz liebe Grüße und ja, vielleicht klappt es ja bei Raw wieder, schauen wir mal, was wird. An meiner Seite ist der Mann der echten Emotionen bei Spotify, wir haben gestern Abend auf Twitch einen großen WWE Fantasy Draft gemacht, das war echt cool, hat großen Spaß gemacht und diese Review macht uns, denke ich, auch großen Spaß. Ich begrüße den schönsten Schnauzer Podcast Deutschlands, herzlich willkommen, Chris Melzig. Hallihallo Tobi und liebe Zuhörer an diesem wunderschönen Tag, ja, letzte Woche haben wir die Sonne verpasst, aufgrund von Wrestlemania, wir hatten Besseres zu tun, wir hatten Wrestling zu tun, heute können wir die Sonne genießen und ich hoffe, dass ihr das alle da draußen auch macht und uns vielleicht dabei hört, beim Grillen, du hast es gesagt, beim Fahrerfahren, das würde sich wunderbar eignen, von daher hoffe ich, dass ihr eine wunderbare Zeit habt und so viel sei gesagt, diese Smackdown, die waren ein guter Start in den Tag für so einen sonnigen Tag, also da kann man sich nicht beschweren, ich habe mit weniger gerechnet und mehr bekommen, deswegen schauen wir mal, was wird, was wird und damit sollten wir reingehen in diese wunderbare Smackdown-Ausgabe. Das werden wir gleich machen, nachdem ich noch ganz kurz einwerfe, Chris, wir sind auf Spotify gerade einfach mal zu diesem Zeitpunkt auf Platz 36 der beliebtesten Sport-Podcasts, ich weiß selber nicht warum, sag mal, was geht denn bei euch eigentlich ab? Also alle, die auf Spotify hören, fühlt euch ganz, ganz fest gedrückt, vielen, vielen lieben Dank für euren Support, für eure Unterstützung, wir haben allein über die Audio-Plattform in diesem Monat über 65.000 Leute beziehungsweise Aufrufe einfach nochmal, das ist richtig, richtig krass, wie auch dort ja uns wahrscheinlich jetzt einfach mit unterwegs mitnehmt, wo auch immer ihr gerade Bock habt, uns zu hören, das freut uns natürlich sehr. Irgendwie, muss ich ja mal überlegen, Top 35, 36 Sport-Podcasts, irgendwie einmal wird Bayern nicht Meister und sofort interessiert auch keinen Fußball mehr scheinbar, das ist der einzige Grund, warum wir hier durchmarschieren können, also dementsprechend sehr cool. Ansonsten, wir können ja einfach mal alle ein Zeichen setzen, ich werde diese Folge heute auch auf Spotify einmal hören und wenn jeder von euch nur 60 Sekunden hört, vielleicht sind wir dann morgen schon auf Platz, keine Ahnung, 34 oder so, Chris, also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache und bei der wir natürlich großes Danke raushauen wollen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute und ich habe es gerade vergessen, erstmal natürlich gute Besserung weiter an den Herrn Weber, bevor ich jetzt hier drauf eingehe, das ist unfassbar, was wir aktuell für Zahlen schreiben und da musste ich gerade an Marcel denken, weil der natürlich auch ein erheblicher Teil davon war, dass wir auf diese Zahlen gekommen sind, deswegen liebe Grüße an der Stelle, eine gute Besserung auch weiterhin und ja, was soll ich sagen, es ist unfassbar, was die letzten Wochen für den Support kamen, sei es auf Twitch mit den Zahlen bei Wrestlemania, sei es auf Spotify, sei es auf YouTube, was wir da momentan für Menschen erreichen, es freut mich einfach, dass Wrestling in Deutschland immer größer wird und dass wir dazu beitragen können, deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür, wer uns weiter supporten will, wer uns treffen will, ich breche es einfach an, sportfight.de slash Berlin. Ihr könnt uns treffen am Berlin-Wochenende, 31.8. diesen Jahres, wir werden alle am Start sein, Smackdown Live Review, Q&A, wir können quatschen, wir können alles machen an diesem wunderschönen Tag im Tagtheater Berlin, deswegen kommt er vorbei und am Ende fahren wir noch gemeinsam in die Halle, das wollte ich plagen, weil mir das ein sehr wichtiges Anliegen ist, dass wir uns da alle sehen und in diesem Sinne habe ich zu Berlin genug gesagt, glaube ich. Marcel Weber wird auch in Berlin sein, also bis dahin kriegen wir ihn fit gespritzt, dem werfen wir so die Pillen ein, wir wohnen ja beide nicht weit weg von Leverkusen, wir räumen dem Bayer den Kühlschrank leer, sage ich euch, damit es dem Marcel Weber dann wieder besser geht. So, genug der Vorrede, wir haben keinen Vertrag nicht festgesetzt in fünf Minuten, sondern gehen einfach jetzt rein in die Show. Wir sind auf der Road to Lyon, denn die ist von uns aus übrigens mal deutlich kürzer als für WWE. Die Show heute fand statt in Detroit, Michigan, der Motor City, war natürlich ausverkauft Smackdown, wird von der WWE als 18. Ausverkauf in Folge für Raw und Smackdown beworben, um die 13.300 Fans waren in der Halle. Das sind dann übrigens 13.300 Fans, die ganze 6.678 Kilometer Luftlinie von Lyon entfernt waren. Das ist der Ort unseres nächsten PLEs in Frankreich, Backlash. Von Köln haben wir geschmeidige Luftlinie von 596 Kilometern. So, in drei Wochen ist es ja schon soweit. 4. Mai, das ist überhaupt nicht mehr lang, da findet Backlash eben statt. Zu besserer Abendstunde, so bei uns, ich glaube 19 Uhr auch Startzeit. Also, wenn das so läuft, können wir eigentlich statt Watchparty eine Grillparty dann langsam zusammen machen auf Twitch, oder? Das ist ja bei den nächsten Pay-Per-Views wirklich krass, zu was für coolen Zeiten, die stattfinden. Ja, Freunde, wir sind dieses Jahr sehr, sehr blästig. Ich erinnere mich an Zeiten vor Jahren, da gab es sowas nicht. Da musstest du jede Nacht von Sonntag auf Montag durchmachen. Und dieses Jahr ist wirklich ein Segen, wenn es darum geht. Also, wir können auch einfach mal Samstagabend ganz gediegen beim Grillen im Pay-Per-View und machen im PLI natürlich. Das ist großartig. Ich werde die Backlash-Review leider nicht machen können. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin leider on Tour. Aber ja, wir bei Spotify, wir haben natürlich vielen großartigen Ersatz und wir werden da eine gute Review abliefern. Aber bis zur Road werde ich noch am Start sein, Freunde. Wir starten mit einem großen Videopaket zu WrestleMania. Cody Rhodes ist Champion. Dieses Event war episch, Feuerwerk, Freude, Emotion. A Story was finished. Und die neue Ära, wie WWE es selbst auch immer weiter pusht, startet bei SmackDown mit eben jenem Cody Rhodes. Exzellente Reaktion natürlich für das neue Gesicht der WWE, der am Montag mit The Rock statt Trikotausch einen Titeltausch gemacht hat. Es gibt die You-Deserve-A-Chance zum Start und Cody zuckelt wieder auf den Kopf. Und dann lässt er sich von der Masse bejubeln. Die chanten und chanten und chanten. Und ja, das war eigentlich tatsächlich zum Start einfach ziemlich stimmungsvoll. Statt Acknowledge Me eröffnen wir SmackDown jetzt mit. Stadtname, what do you guys wanna talk about? Und am Montag, sagt Cody, da wurde ich ja von The Rock unterbrochen. Who the hell told you it's open mic night, bitch? Hallo Brandi Rhodes übrigens. Das hat sie mal bei AEW Dynamite zu Jade Cargill gesagt. Und Cody erklärt, das am Montag, das fand ich witzig, das am Montag, das war unangenehm. Das war richtig awkward, wo ich mir dachte, ja, kann man erstmal so sagen. Aber der Cody sagt, ich glaub dem Rock, wenn er zurückkommt, der wird mich ins Visier nehmen. Keine Sorge, ich werd genau hier stehen, der muss mich dann gar nicht suchen. Aber erstmal flieg ich ja in drei Wochen nach Frankreich. Die crowd dann so, was ist ein Frankreich? Und mein Gegner, es könnte einer dieser Sexstars, einer dieser sechs Stars werden heute. Die Sexstars rund um Santos Escobar, Rey Mysterio, LA Knight, AJ Styles. Außerdem Bobby Lashley und Kevin Owens. Cody erwähnt auch, AJ Styles und er. Das sind zwei von nur vier Männern, die jemals WWE und NWA Champion waren. Und heute gibt's eben zwei Triple Threat Matches der besagten Männer gegeneinander. Cody sagt, ich bin nicht mehr der Jäger, ich bin jetzt der Gejagte. Und meine Nachricht an alle Challenger, wer gegen den König antritt, der sollte sein Ziel besser nicht verfehlen. Ich bin Cody Rhodes, ich bin euer Undisputed WWE Champion. Und damit, Chris, endet dieses Opening-Segment. Ja, das war doch ganz nett, was der Cody da für eine Promo abgeliefert hat. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht der Dauerweg wird, dass er jedes Mal rauskommt und nur eine Promo hält. Das fände ich tatsächlich ein bisschen wenig, weil ich mir von dem Cody Rhodes als Champion doch noch ein bisschen mehr erhoffe. Aber klar, es ist die erste Woche nach WrestleMania. Das ist die zweite Wochenshow. Da kannst du es schon mal machen. Und die Promo war ganz nett. Die war definitiv besser als bei Raw. Da gab es ja sogar von den Fans, this is awkward chance. Also, die ist nicht ganz so gut weggekommen. Von daher war das jetzt schon mal besser. Und es war Standard, also eine Standard-Cody Rhodes-Promo, die halt die Show so ein bisschen overgebracht hat. Mit den beiden Triple Threads, da habe ich mir schon gedacht, okay, es ist halt so eine Smackdown. Wir haben eine relativ kurze Road to Lyon. Da musst du ganz, ganz schnell was aufbauen. Und ja, war okay. Aber das hat mich jetzt noch nicht so gehypt, muss ich sagen. Habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Das war die most basic 10-Minuten-Promo, die du dir ausdenken kannst nach WrestleMania. Also wirklich, es geht nicht more basic. Und es war generell, wenn du ein Buch schreiben würdest, was kann ich nach meinem Titelgewinn bei WrestleMania in einer Wochenshow booken? Videopaket, Challenger ansprechen, Danke sagen, nächsten Pay-Per-View hypen, fertig. Ist die Katze. So einfach. Und genau das hat man hier letzten Endes gemacht über die Challenger. Ja, gucken wir dann gleich nochmal drüber und werden dann eben heute rausfinden, welche zwei sich dort aus diesen Triple Thread Matches abheben können. Und nächste Woche gibt es dann eben das Eins gegen Eins, was über das Match von Cody Rhodes in Lyon entscheidet. Das wird dann sein erster In-Ring-Auftritt werden nach WrestleMania. Roman Reigns ist nicht da und hat auch keine Kabine mehr. Der wurde schrittweise entmündigt. Da steht nämlich jetzt Cody Rhodes hinten, wo mal die Tribal-Chief-Kabine war. Und Paul Heyman, Jimmy Uso und Solo Sikor gehen dann da hin und werden von Kevin Owens quasi in die Gästekabine geschickt. Und Solo erklärt, winning and losing matters hier. Wir haben verloren, beziehungsweise Paul Heyman erklärt Solo, winning and losing matters hier. Wir haben verloren. Das ist Cody's Locker Room und wenn wir den zurück wollen, dann geht das nur, indem wir den Titel zurückholen. Das ist die Anordnung vom Tribal Chief. Das war so ein schönes visuelles Element, um zu zeigen, die Dinge ändern sich, Chris, bei SmackDown. Das war's mit der Bloodline-Kabine. Das war's mit diesen Bloodline-Backstage-Segmenten auf der Couch. Die haben keine Couch mehr. Die haben nix mehr. Die müssen sich schön beim Catering die Sandwiches jetzt mit allen anderen teilen. Das hat man hier, finde ich, eigentlich ganz nett rausgearbeitet. Auch wie Kevin Owens da vorbeiging und so, finde ich, war ein kleines, nettes Element. Ja, Roman, jetzt kannst du dich dann neben dem Akira Totsawa und neben dem Ashanti Theodonis umziehen. So ist das nämlich. Vorbei mit den Privilegien. Nee, das war schon cool. Das war ein cooles Visual, das hat mir gut gefallen. Und es hat auch so ein bisschen gezeigt, Cody, der hat jetzt seinen eigenen Raum bei SmackDown. Sollen wir das vielleicht auch signalisieren, dass Cody Rhodes fortan als SmackDown-Superstar unterwegs ist? Ich glaube, der kriegt jetzt überall seinen eigenen Raum. Also auch wenn der bei uns in Berlin vorbeikommen würde beim Community-Treffen, die würden einen eigenen Raum für ihn bauen und seinen Schild dann vorne dran machen. Der hat jetzt auch von mir aus bei mir in meiner Wohnung einen eigenen Raum. Also wenn der mal vorbeikommen will, Cody, alles gut, ich hänge dir ein Schild auf. Nee, aber es hat mir auch so ein bisschen das Zeichen gegeben, dass Cody vielleicht fester Bestandteil von SmackDown ist, weil man das bei Raw nicht gespielt hat. Könnte sein, dass das einfach nur ein Gespinse ist in meinem Kopf. Aber das wäre ganz cool. Und so insgesamt fand ich das Segment auch ganz nice. Vor allem halt auch Solo. Man hat direkt gesehen, der ist ein bisschen sauer. Der war ein bisschen, er war nicht amused darüber, dass dieser Locker Room weg ist und dass sie dann nicht mehr ihre Privacy haben. Und ja, mal gucken, was der Solo dann noch so in dieser Show gemacht hat. Also ich kann euch sagen, der war zu dem Zeitpunkt nicht begeistert. Anders als die Fans, als LA Knight rauskamen, die waren nämlich richtig begeistert. Es gibt laute Reaktionen. Es geht gegen Bobby Lashley, der von seiner Almighty Nation begleitet wird. Ergänzt wird das Match dann von Santos Escobar. Und wir kriegen wirklich so ein Basic-WWE-Triple-Threat-Match. LA Knight zum Superplex. Bobby Lashley schmeißt sie mit einer Powerbomb vom Top-Rope. LA Knight dann gegen Santos auf den Weg zum Sieg. Aber es gibt eine Eingriffsserie. Angel Garza und Berto Carrillo greifen ein. Triple-Powerbomb mit Santos. Gibt ja keine DQ. Bobby Lashley wird dann auch kaputt gehauen, was natürlich die Street Profits auf den Plan ruft. Das war eigentlich wie bei WrestleMania. Und dann irgendwann auch Elektra Lopez und B-Fab machen kurz Mische, bis es im Ring wieder ruhig wird. Und es wirklich nur noch auf Lashley, Santos und LA Knight runtergeht. Ein Roller von Santos zum Nearfall. Bobby Lashley nimmt dann Anlauf zum Spear. Verglüht am Ringpfosten. Santos guckt hinterher. Und LA Knight denkt sich, oh, dann BFT, mein Junge. 1, 2, 3. Und LA Knight fährt nach etwas mehr als 8 Minuten dann zur nächsten Smackdown, wo er dann auf den Sieger des anderen Matches treffen wird. Das wird dann heute unser Main-Event. Und ist jetzt, Chris, einen Schritt näher an der Titelchance. Und ich glaube, das war auch erst mal richtig so, wenn gleich in meinen Augen jetzt schon eigentlich mit der Ansetzung der Matches sehr vorhersehbar war, in welche Richtung das gehen sollte. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit. LA Knight hatte dieses Jahr schon seine Titelchance auf den großen Titel. Und ich finde es halt doof, wenn er jetzt dann nach Moe und Contender werden sollte, dass er dann schon wieder gegen Cody Rhodes verliert. Also, ihn jedes Mal an ein World-Title-Match zu stecken, ist das eine. Ihn jedes Mal verlieren zu lassen, ist dann aber auch irgendwie ein bisschen doof. Deswegen war ich damit nicht ganz so happy. Das Match selber, ja, es war halt 0815 Triple Threat. Hat mir ehrlich gesagt nicht so viel gegeben. Ich fand die Interferences tatsächlich auch ein bisschen nervig. Da hätte ich es, glaube ich, als Clean-Cut besser gefunden, wenn du ein normales Triple Threat gemacht hättest. So, ja, war es halt da. Wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr kurze Zeitspanne von jetzt bis Lyon. Und es wird halt nicht der krass aufgebauteste Pay-Per-View, den wir die letzte Zeit gesehen haben. Und von daher ist es für den Übergang, denke ich, ganz in Ordnung. Es wird auch wirklich so ein Übergangs-Pay-Per-View. Das haben wir dann jetzt schon feststellen müssen. Du hast gerade gesagt, LA Knight hatte dieses Jahr schon eine Titelchance. Jetzt musste mich erleuchten. Ich habe auf dem Zettel 4.11.2023 LA Knight gegen Roman Reigns. Weinst du, mit dieses Jahr die letzte WWE-Saison von WrestleMania zu WrestleMania? Oder habe ich irgendwas übersehen? Bin ich gerade völlig weg? Oder hatten wir nicht beim Royal Rumble dieses Fatal 4-Way? Ah, wir hatten beim Royal Rumble Fatal 4-Way. Da war doch LA Knight, AJ Styles und ... Damit hast du absolut recht. Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight, Randy Orton. Ja, ihr habt nicht ... Es ist mit zwischen diesen ganzen Number-One-Contender-Elimination-Chamber irgendwas-Matches und sonst was untergegangen. Aber tatsächlich, LA Knight hat am 27. Januar schon eine Titelchance. Und dann hat er im November schon eine Titelchance und dann kriegt er jetzt noch eine Titelchance. Guck mal, im fast 3-Monatstakt, kann man sagen, kriegt er dann irgendwie immer die Möglichkeit. Gucken wir mal, ob es dann wirklich so laufen wird. Er war jetzt aber ... Also, ich sage mal so. Ich glaube, tatsächlich wird er am Ende nicht den Title-Shot bekommen. Dafür, dass er dann aber in diesem Feld drin ist und nah hinkommt, ist auch gemessen an den Fanreaktionen absolut in Ordnung. Dementsprechend habe ich damit überhaupt kein Problem. Es geht weiter mit der Show. Wir gucken jetzt nach vorne und haben Rey Mysterio und die LWO, die sind Backstage und werden zur Niederlage von Santos Escobar gefragt. Ja, und Rey sagt, Karma ist das gewesen. Santos ist Müll, weiß jeder, sagt Carlito. Und Rey konzentriert sich jetzt auf AJ Styles und Kevin Owens, denn er glaubt fest daran. Ein Run, einen Run, Chris, den hat er noch in sich. Ja, der Rey möchte WWE-Kampeon werden, hat er gesagt. Ja, ich sehe den Run leider nicht mehr so ganz. Rey ist halt mittlerweile auch in einem gehobenen Alter. Dafür wrestelt er noch gut, aber mehr als Midcut ist er nicht drin. Und mir ist ein bisschen aufgefallen, dass der Carlito ein bisschen sass wirkt. Der lacht da so ein bisschen sass. Der stand immer im Hintergrund. Ja, Rey. Und da hab ich mir gedacht, nee, dir kauf ich das nicht ab. Du bist nicht der Good Guy, den du da spielen willst. Und es ist auch noch nicht ganz klar, wer da Backstage den guten Dragon Lee attackiert hat. Also das hat man auch ein bisschen aufgegriffen. Es bleibt also auch mit Carlito spannend und Rey. Ich glaube, das war's mit der WWE-Championship-Karier. Junge Menschen würden jetzt zu Carlito sagen, Sheesh, der Bro ist mies am Gucken. Aber müssen wir mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich wünsche mir, dass Susanne Daubner irgendwann mal eine Smackdown-Review macht und dann wirklich so diese ganzen Moves vorliest und wirklich komplett in der Ekstase verfällt. Das wäre natürlich sehr schön, das von ihr zu hören. Solo Sikor macht jetzt weiter. Kommt heraus, es wird angeführt, dass der Tribal Chief dieses Segment gewollt hat. Das sagt nämlich Paul Heyman. Er sagt, auf Anordnung des Tribal Chiefs wird die Bloodline keine Entschuldigungen hinnehmen. John Cena, Undertaker, Jey Uso, denen geben wir nicht die Schuld. Denn Kredibilität ist auf der Island of Relevancy das höchste Gut. Wir akzeptieren diese Niederlage bei WrestleMania. Und Seth Rollins, du bist der Visionär, du hattest recht, du hast zu Cody Rhodes gesagt, I will be your shield. Und damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Roman Reigns hatte einen Stuhl. Er hätte die Möglichkeit gehabt, dieses Kapitel zu beenden. mit Cody Rhodes, aber dann hat er dich gesehen. Und mit Seth Rollins hat er das einzige Unfinished-Business seiner Karriere auf dem Silbertablett gehabt. Nach zehn Jahren des Wartens auf Rache gegen Rollins und dem Betrug um den Shield hat Reigns nachgegeben. Er konnte seiner Versuchung nicht widerstehen. Ja, und im Gegensatz zu Cody war er dann nicht fokussiert. Und Cody, der war da, der war bereit. Und dann war es vorbei. Ladies and Gentlemen, your new undisputed champion, Cody Rhodes. Aber jetzt, wie ein Phönix aus der Asche, wird euer Tribal Chief. Und dann kommt Solo Sikor. Und er guckt böse. Und er guckt den Heyman ganz genau an, guckt ihm tief in die Augen und meint, Siege und Niederlagen, die zählen doch hier, ne? Und verlieren hat Konsequenzen. Und Konsequenzen heißen Veränderung. Und Solo schiebt dann Heyman zur Seite. Oh, macht die Crowd und guckt sich jetzt den Jimmy Uso genau an. und der meint, Hey Junge, was willst du jetzt eigentlich von mir? So, schimmer deine Eier. Was ist los? Und Solo macht aber die Arme auf und es gibt eine Umarmung. Nimmt sie, nimmt ihn in den wärmenden Arm, Solo und Jimmy. Und wir dachten, ja, okay. Und Solo sagt dann, ich liebe dich. Geht zurück. Und BATZ! Es gibt die Attacke von dem debütierenden Tama Tonga. Einige Holy Shit-Chance. Tama Tonga ist Bloodline. Jimmy wird verprügelt und Solo Sikoa steht jetzt daneben. Er callt die Shots. Er ist heute der Tribal Chief und erklärt hoch mit dem jetzt. Er spielt das jetzt richtig durch. Paul Heyman scheint davon nichts gewusst zu haben. Der steht im Hintergrund. Oh mein Gott! Was passiert? Und Solo Sikoa guckt zu Jimmy. Und guckt ihn sich genau an. Samoan Spike Nummer 1. Und dann tickt er richtig durch. Samoan Spike Nummer 2, 3, 4. Der hat den Jimmy komplett kaputt gemacht. Bei dem klingelt es das komplette Wochenende in der Birne. Und wer dachte, ja, dann ist es vorbei. Nein. Solo holt Heyman in die Ringmitte. Heyman so komplett durch den Tüdel. Und Solo hebt jetzt die Hand und guckt Heyman genau an. Er sagt, du hebst jetzt auch besser die Hand. Und Heyman wirklich, als hätte er sich frisch eingeschissen, hebt er gerade noch so den Finger hoch. Bei dem guckt der Stift wirklich komplett. Aber er hebt den Finger gerade noch so hoch. Und Solo sagt so, aber das war's noch nicht. Während nämlich Paul Heyman dann in sein Telefon rufen will. Call Roman. Nein. Solo Sikoa heute im Boss-Mode. Reißt ihm das Handy weg. Zerschmettert es auf den Boden. Heyman hat nun Splitscreen. Und sie machen weiter. Solo bekommt einen Stuhl von Tama Tonga, seinem neuen Handlanger. So wirkt es. Klemmt den Kopf von Jimmy Uso in diesen Stuhl ein. Jimmy wird in die Ring-Ecke gelegt. Solo nimmt Anlauf. Ua. Und es gibt die Hip-Attack gegen den eingestuhlten Jimmy Uso. Und klatsch. Solo Sikoa beendet Jimmy Uso. Und damit endet dieses Segment. Das war tatsächlich, wird jetzt aber, glaube ich, nicht viel überraschen, das Highlight, mein Highlight von SmackDown. Denn dass sie diesen Twist so gestrickt kriegen, hätte ich ja eigentlich dann doch nicht so auf die Art und Weise erwartet. Weil auch wie man es dann nachher weitergesponnen hat, jetzt ist die Frage, okay, krass. Wer weiß was, macht Solo grad komplett sein eigenes Ding und stellt die Bloodline völlig auf den Kopf? Baut Solo die neue Bloodline auf? Was wusste Paul Heyman? Ist es vielleicht auch sein Masterplan? Hintergeht der vielleicht auch gerade Roman Reigns? Dann Tama Tonga, der nur in diesem Szenario debütieren kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der passt ja nirgendwo anders hin. Und so haben wir, Chris, finde ich, overall ein richtig starkes Segment mit richtig starkem Storytelling gesehen, bei dem also MVPs, Solos, Seqo, aber mal so was von rausgestochen hat. Erinnert sich gerade gefühlt keiner mehr dran, dass der irgendwie, weiß nicht, 700 Matches am Stück verloren hat. Der wirkte hier richtig wie der Boss. Das war der Tonangeber in diesem Segment. Ja, großartiges Segment. Also, erst mal, du sprichst es an. Der hat ja selber jetzt irgendwie 700 Niederlagen am Stück. Ich meine, es waren 25, irgendwas zwischen 25 und 30. Und genau der spricht dann davon, ey, Niederlagen sind bedeutend. Ist ja schon irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Aber egal, der nimmt das Zepter in die Hand. Und bevor ich darüber rede, Heyman hat das wunderbar delivered. Also, großartig, was Paul Heyman wieder am Mikrofon gemacht hat. Und dann Seth Rollins, der jetzt erst mal raus ist, komplett overgebracht. Der hat gesagt, ey, du warst der Strippenzieher in dieser ganzen Nummer. Wegen dir ist Roman Reigns den Titel los. Das hatten wir alle gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben gedacht, oh, Undertaker, oh, John Cena, alles groß. Ja, jetzt ist es Seth Rollins, einer, der regelmäßig in den Shows sein wird, sobald er wieder da ist. Großartig overgebracht. Also, Heyman, wirklich, Chapeau. Also, geisteskrank, gut gemacht. Dann ist es weitergegangen, Solo. Auch der macht es großartig. Trotz der ganzen Niederlagen, die er hatte. Dieses Handy da rausgerissen. Und das zeigt für mich, er will mit Roman Reigns gar kein Business machen. Das Ding mit Roman Reigns und Solo ist durch. Natürlich, das ist ein Cut, weil sonst hätte er selber vielleicht Roman Reigns angerufen und gesagt, ey, ich hab den Job erledigt oder so. Nein, der will das Ding durchhaben. Solo macht eigene Linie. Und auch das war groß. Tamatonga, du sagst es, der muss in diesem ganzen Konstrukt der Bloodline debütieren, weil alles andere macht keinen Sinn. Denn übrigens, der Sohn von Haku, es geht weiter mit Söhn von Legenden. Jetzt haben wir den Sohn von Rikishi mit dem Sohn von Haku zusammen. Es macht alles Sinn. Es ist wirklich groß und ich bin gespannt, was die neue Bloodline so vorhat. Weil das alte Konstrukt, so wie es entstanden ist, ist jetzt vorbei. Und ich find's so interessant, weil hier A so viel drin ist und weil ich fest davon ausgehe, dass Roman Reigns als Face wiederkommen wird. Der möchte doch bestimmt gegen Solo und die böse Bloodline gehen und zeigen, dass er der Tribal Chief ist. Und dann muss er an die Dullis, die er da vorher hochgezogen hat, muss er vorbei. Und deswegen ist es so interessant, was ein Roman Reigns machen wird, sobald er wieder in der WWE ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also hier war so viel drin. Seth overgebracht, einen neuen Mann debütiert. Solo sieht stärker aus denn je. Der könnte jetzt der Leader der Bloodline sein. Paul Heyman, der der Strippenzieher sein kann. Vielleicht ist er gut, vielleicht ist er böse. Vielleicht verdünnerisiert er sich auch komplett. Und ein Roman Reigns, also es war großartig. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet. Dass wir direkt nach Mania so ein bedeutendes und großes Segment bekommen. Ich fand's großartig. Und ich bin einfach gespannt, was man mit der Bloodline vorhat. Und auch Jimmy. Über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Der ist weggefetzt worden. Was macht denn Jimmy? Der hat dann noch so einen Bruder. Vielleicht kommen die auch wieder zusammen. Wir haben es gestern in unserem Fantasy. Zum Arzt gehen. Zum Arzt gehen. Das macht der Jimmy jetzt erst mal. Das wäre gar nicht so schlecht. Nee, aber der Jimmy, der hat ja noch so einen Bruder. Und wir haben gestern im Fantasy-Draft drüber gesprochen, dass wir die Usos gerne mal wieder zusammen sehen wollen würden. Das ist eigentlich die perfekte Einleitung, um Jimmy und Jay auch wieder zusammenzubringen. Und dann war ja sauviel drin, was die Road to SummerSlam auf jeden Fall dominieren wird. Also ein großartiges Segment. Ich glaube, die Krux liegt in dem, was du gesagt hast. Wenn Roman Reigns zurückkommt, muss man sich jetzt einfach mal fragen, wird der bejubelt oder wird der ausgebucht? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, der wird nicht ausgebucht werden. Wenn der zurückkommt, die Leute werden, oh ja, krass, er ist wieder da. Und um das Setting organisch aufzubereiten, fängst du jetzt schon an, die Bloodline so umzubauen, dass Roman Reigns danach, wenn er wiederkommt, sofort eine Anschlussfeder hat. Du breitest ihm jetzt quasi schon den roten Teppich, sage ich mal. Denn dann kann er gegen die Bloodline gehen. Er kann dann sagen, ja, ich habe zwar verloren, aber das, was ihr aus der Bloodline gemacht habt, das ist gar nicht das, was ich vorgesehen habe. Ich bin weiter der Tribal Chief. Und dann kommst du auf einmal ganz schnell zu Solo gegen Roman Reigns. Und das sind dann so, finde ich, die Paarungen, auf die es hinauslaufen könnte. Vergiss mir eine Sache nicht. Es gibt auch noch einen Final Boss. Den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Auf welcher Seite ist der Final Boss? Möchte er vielleicht der Leader der Bloodline sein? Möchte er gegen Roman Reigns gehen? Und dann hast du auch dieses Match aufgebaut, wovon wir schon seit Jahren träumen, was wir uns wünschen. Roman Reigns gegen The Rock. Es wird früher oder später passieren. Also ich kann es euch jetzt schon sagen, es wird passieren. Und auch das ist der perfekte Weg. Du hast die komplette Road to WrestleMania Übergangsgegner mit Solo, Tamatonga. Du kannst das komplett ausspielen. Und dann kommt der Tribal Chief gegen den Final Boss bei WrestleMania. Ich denke, es wird dann eher in die Richtung laufen, dass tatsächlich The Rock sich entscheiden muss. Bin ich auf der Seite von Roman oder bin ich auf der Seite von Solo und der Familie mehr oder weniger? Und dann wird er sich wahrscheinlich für die Seite von Solo entscheiden. Vielleicht machst du da sogar davor noch ein Tag Team Match. Irgendwie Solo und Tamatonga gegen The Rock und Roman Reigns. Dabei entscheidet sich The Rock für die Heels und gegen Roman Reigns. Also ich finde, hier hast du einfach so viele Möglichkeiten. Und das war jetzt im Endeffekt die große Challenge. Schafft man es, die Bloodline, die ja jetzt wirklich über drei, vier Jahre so dominant war, schafft man es, die jetzt wieder interessant zu machen. Und dieses eine Segment hat gereicht, um gefühlt fünf neue Storyline-Fäden aufzumachen und um fünf neue Optionen, sechs, sieben, acht, neun neue Optionen zu eröffnen. Und jetzt spielst du eben mit diesem Machtwechsel. Und dementsprechend, das fand ich gut. Gut, der Chris macht ja auch schon den hier, der kriegt schon wieder Gänsehaut. Und das fand ich dann schon wirklich, fand ich sehr clever gelöst. Und mal gucken. Solo Sequoia baut die neue Bloodline auf. Und die große Frage ist jetzt, wer wusste davon? Wie reagiert Roman Reigns, wenn er zurückkommt? Und was hält The Rock eigentlich davon? Du hast halt Story-Material für die nächsten zwei Jahre, wenn du das so möchtest. The Rock wird sich zwischendurch natürlich auch noch mit Cody Rhodes vielleicht dann, was heißt vielleicht, er wird auch auf Cody Rhodes gehen. Im Moment heißt es ja, dass The Rock und Cody Rhodes der Main Event von WrestleMania 41 sein könnte. Dann könntest du Reigns gegen Rock bei WrestleMania 42. Aber guck mal, wie weit wir hier schon mittlerweile das Ganze spinnen können. Und weißt du, was der Vorteil ist? Jetzt in diesem Szenario stört es auch keinen, dass Roman Reigns und The Rock nur alle vier, fünf, sechs Monate vorbeigucken. Die werden im Endeffekt, das, was man auch in, keine Ahnung, das, was man in zwei Monaten TV jede Woche erzählen könnte, über acht Episoden oder so, das werden die halt strecken, wie lang es nur möglich ist. Und es ist in Ordnung. Es ist soweit in Ordnung und es wird das Ganze nur größer wirken lassen. Und ich glaube, da haben Fans jetzt einfach was, worauf sie sich freuen können. Und deswegen, schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, dieses Segment hat diese Bloodline einfach viel interessanter gemacht als vorher. Das war die Mission von WWE. Das haben sie erreicht, dementsprechend alle Daumen hoch für dieses Segment, ne? Ja, also alleine schon, weil wir jetzt nach WrestleMania nicht in der Luft dümpeln. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Nach WrestleMania ist ein bisschen die Luft raus. Die WWE chillt dann so ein, zwei Pay-Per-Views. Ne, weil Backlash, das ist halt der Pay-Per-View, wo du halt auch einfach Rematches machen kannst. Es ist einfach gewuckt, einfach erzählt. Aber das macht die WWE nicht. Nicht unter Paul Levesque. Wir sind in der Logan-Paul-Levesque-Era und das merkst du hier. Deswegen, das ist richtig gut, weil wir jetzt auch was Frisches haben. Neben all diesen Rematches, neben all dem, was mit langweiligen Triple Threads erzählt wird, haben wir auch was richtig Geiles, worauf wir uns freuen können. Wo wir sagen, ey, dafür schalte ich jede Woche ein. Und alleine dafür ist es halt geil. Und wie du sagst, das kannst du zwei Jahre spielen. Das ist großartig. Und ich freue mich sehr, sehr auf das, was da noch alles kommen wird. Der Chris und WWE, das ist gerade wirklich ein Herz und eine Seele. Ihr merkt schon, dass der Chris fühlt es richtig. Der liegt diesem Triple H gerade zu Füßen. Können wir natürlich jedem, der das ebenso empfindet. Es gibt noch ein Videopaket zum zweiten Triple Thread-Match. AJ Styles, Kevin Owens, Ray Mysterio. AJ Styles macht die Kampfansage. Das ist jetzt nichts Persönliches, sagt er, sondern das ist einfach notwendig. Und LA Knight, ich hoffe, du guckst genau hin. Das wird nämlich phenomenal. So, Minna, das nachher unser Main Event. Jetzt aber erst mal als nächstes die Antrittsrede von Bayley. Sie ist neuer WWE Women's Champion. Gut, sieht sie aus mit dem Gürtel. Ihr neuer Theme-Song, ja, ich fühle ihn weiter gar nicht. Aber schwamm drüber. Es gibt die You Deserve A Chance, natürlich. Und, ach so, ich sehe gerade, ich habe was komplett übersprungen. Du hast Brom Breaker vergessen, Bro. Ich habe Brom Breaker. Cut. Cameron Grimes trifft auf Brom Breaker. Eigentlich müsste man sagen, Breaker trifft auf Cameron Grimes. 90 Sekunden Spear, Crowd Belt, pure Dominanz von Bronny. Aber neuer Theme-Song, der richtig scheiße ist. Dankeschön, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Brough klingt der scheiße, ey. Der vorher war so cool. Der war so cool und jetzt kriegt der neuen Theme und es klingt schon wieder so scheiße, ey. Ich weiß nicht, was bei der WWE und Themes los ist. Also, wenn es bei WWE gerade wirklich eine Schwäche gibt, dann sind es echt diese billigen Beats aus dem Jamba-Spar-Abo. Das kann ich mir nicht mehr anhören, was Death Rebel da für ... Also, wirklich, das von AJ Styles klingt mittlerweile nur noch wie weißes Rauschen auf meinem Ohr. Ich habe einen Tinnitus, ich vergesse den, wenn ich den AJ Styles-Theme-Song nachher höre. Und das ist ... Also, sorry, aber das ist wirklich die Schwäche von WWE gerade. Theme-Songs. Ich hoffe, dass ... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange das Agreement mit Death Rebel noch läuft. Ich hoffe, Triple H spielt die einfach selber ein demnächst. Also, selbst auf einer Nasenflöte spielt sich das besser als das, was hier bei Brom Breaker gelaufen ist. Ey, ganz ehrlich, das ist ein Skandal. Eine Theme ist so bedeutend für Wrestler. Stellt euch den Undertaker vor mit so einem Metal-Scheiß oder die Generation X. Das kann einen ganzen Charakter bilden. Und Death Rebel, die machen ... Also, tut mir leid, die machen so Schrott-Themes. Es funktioniert für fast keinen Wrestler. Da war Cephoss 80 Milliarden mal geiler. Da war Jim Johnston, der ist dagegen die größte Legende auf Erden. Also, bitte, Paul Levec, wenn du eine Sache verbessern willst, mach die Themes geiler, bitte. Und jetzt zurück zu Bayley. Die kommt raus mit ihrem ebenfalls neuen Theme-Song, der ebenfalls scheiße ist. Und es gibt You Deserve A Chance. Ganz besonderer Moment, sagt sie bei WrestleMania. Es ist ganz anders gewesen, dieses Match. Ich hab ja schon viele Titel gewonnen bei WrestleMania und ich hab noch viele Matches schon gewonnen bei WrestleMania. Aber das war anders. Ich hab nämlich gegen eine Freundin mich durchsetzen müssen. Und ich bin stolz, jetzt Champion zu sein. Ich bin stolz, dass ihr an meiner Seite seid. Ich geh als Champion in diese neue Ära. Der Locker-Room ist talentiert wie nie. Und jetzt ist Bayley dann happy, eine Chance zu verteilen. Das hört sich nach Open Challenge an. Aber bevor sie die aussprechen kann, Tiffi-Time. Der Mittelpunkt der Erde schwebt zum Ring. Und nimmt schon mal an und sagt, ja, also ich würd das Titelmatch dann schon mal nehmen. Und sehr schade, sagt Bayley. Ich muss deine Blase ein bisschen platzen lassen. Denn ich wollt gar keinen Titelmatch an Open Challenge so an alle irgendwie ausrichten. Sondern ich hab eigentlich jemanden ganz Bestimmtes im Kopf. Und das ist Naomi. Und die kommt dann rausgeglot. Die Nömi. Und Naomi sagt, du, Tiffi, hast mich nur in der falschen Nacht erwischt, als du mich besiegt hast. Alles, was ich in der WWE gemacht habe, hab ich mir verdient. Okay. Und ich werd nicht damit aufhören. Okay. Und Naomi sagt, jetzt will ich dich, Tiffi. Und dann sehen wir weiter. Und ein Referee kommt raus. Und wir haben ein Impromptu-Match. Ja. Also, Cody war ja vorhin unser seriöses Business-Baby-Face als Champion. Bayley ist da, so sehr es mich für sie freut, schon eine Schiene drunter. Ja. Und dann Naomi gegen Tiffany Stratton. Also, ich sag mal so, ich bin 110% für Tiffi gewesen, aber mir war bewusst, dass das nicht passieren wird. Ja. Weiß nicht. Und da, also wirklich diese Line, ich habe mir alles verdient. Und ich werde weitermachen. Fand ich ein bisschen sehr düden. Bruv, du bist aus der WWE gegangen, als du irrelevante Tag-Titles gewonnen hast. Hast dann irgendwie ein Mid-Class-Run-Out von der WWE gehabt. Also, ich weiß nicht, was du dir verdient hast, aber definitiv kein Titel-Match. Ja, hat mich, hat mich gar nicht abgeholt. Also, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich finde generell, nein, da kriege ich keine Gänse. Die Gänsehaut, da kommt sie wieder. Da kommt die Gänsehaut. Da kriege ich Gänsewürgereiz, aber mehr auch nicht. Das war es gar nicht. Auch die Bayley-Promo, das hat sich angefühlt wie so eine schrottige 2K-Story-Promo. Also, als ob die sich dann in den richtigen ... Universe-Modus. Hey, ich hab so oft den Titel gewonnen, aber dieser, der ist anders. Ihr seid so großartig, ich liebe euch. Das, also, das war, wenn wir von Cody 0815 reden, das waren noch zwei Stufen unter 0815. Das war basic, du schlägst ein Buch auf oder gehst auf Chat-GPT, schreib mir eine Face-Promo. Das war genau das. Total öde. Gar kein Charakter weiterentwickelt. Die Theme ist scheiße. Ich bin total hyped auf Bayley, weil sie eine geile Person, eine geile Wrestlerin ist und ich hab Bock, das zu sehen. Aber es muss auch gut verpackt sein und gut aufgemacht sein und als dann Tiffy kam, dachte ich mir, ja, geil, Tiffy-Time-Toodles, das will ich sehen. Ja, und dann kam Naomi, ich hab's mir verdient. Bruv, du hast nicht bei Wrestlemania den Pin gemacht? Das war Jade Cargill, wenn eine das verdient hat, dann die, die bei Wrestlemania den Pin gemacht hat. Dann wär Jade Cargill die Erste, die Ansprüche auf diesen Titel hat und nicht du. Null verdient. Das Einzige, was mir so ein bisschen Trostpflaster ist, wir reden hier von einem Übergangs-Pay-Per-View. Okay, dann mach Naomi weg, alles gut, dann hat die mit dem Title-Picture nichts am Hut und dann kann Tiffy, bevor du jetzt hier reinwirfst, beim Summerslam oder Wrestlemania-Match haben. Das ist größer und da sehe ich Tiffy dann schon eher, aber Naomi im Titelmatch, oh nee, danke. Du sagst, das ist jetzt Übergang beim nächsten Pay-Per-View. Ich sag mal so, Naomi gegen Tiffy findet jetzt statt und wir gucken in das Match rein, es gibt eine Hetzese, die wird in den Alabama-Slam gekontert von Stratton. Sie zeigt dann, Bailey, ich komme, Munsold von Tiffy daneben gesetzt, Naomi weicht aus, Tiffy wird eingerollt, eins, zwei, drei und Naomi gewinnt dann tatsächlich das Match, was ich insgesamt, das wirkte sehr wie Stückwerk. Das lag aber auch viel an Naomi's Offensive, die einfach mit Tiffany Stratton, finde ich, nicht so wirklich gematcht hat. Neun Minuten war das, aber hat nicht so wirklich Klick gemacht. Es wirkte die ganze Zeit so wie, ja, jetzt geht's gleich los, aber jetzt gleich wirklich. Naja, Naomi gewinnt am Ende und tatsächlich, du hast gedacht, das findet in Frankreich statt. Nächste Woche findet Naomi gegen Bailey statt, schon bei SmackDown. Jetzt, ja, ein Schell, wer Böses dabei denkt, vielleicht greift Tiffy ja nochmal ein und es gibt dann das Rematch bei Backlash in Frankreich. Weiß ich noch nicht, aber ich muss sagen, Naomi gegen Bailey ist jetzt, ja, weiß nicht, also das holt mich jetzt auch nicht wirklich hinterm Ofen hervor und, ja, ist noch nicht das, was ich mir unter der Regentschaft von Bailey vorstelle. Ich möchte emotionale Fäden, ich möchte Feel-Good-Moments und ich möchte nicht den Glow fühlen gerade. Nee, den möchte ich tatsächlich auch nie fühlen und das Ding bei Naomi ist, also bei aller Kritik, ich möchte es nur kurz erklären, ich finde, ihre Matches haben auch stellenweise einfach keinen Fluss. Das sind Match-Abfolgen, die immer einen kleinen Cut haben. Also, sie macht einen Move, läuft erst mal durch den Ring, dann gibt's den nächsten Move, läuft durch den Ring oder glowt ab, was auch immer. Da ist kein richtiger Fluss drin, wie bei anderen Frauen und das stört mich einfach. Das Gimmick ist irgendwie nicht heiß und auch die Delivery in den Promos, das ist nix. Ja, und wenn dein Trademark ist, dass du Leuten deinen Arsch ins Gesicht drückst und ein paar Spagats machst, das reicht mir einfach in der Women's Division, reicht mir das nicht. Da ist die Konkurrenz zu groß und ich finde, da ist eine Tiffy, die gerade einen Call-Up bekommen hat, einfach wrestlerisch vielleicht noch einen Schritt weiter. Mir gefällt das einfach nicht, also, das ist kein unnötiger Hass. Ich finde einfach, dass da nichts matcht vom Gimmick bis durch die Matches. Da ist irgendwie kein Fluss drin und deswegen Naomi bei mir. Jemanden, den wir gestern im Fantasy-Draft zur NXT geschickt haben, weil wir auch gesagt haben, die im Main-Roster, das ist nix. Videopaket zu den neuen SmackDown-Tag-Team-Champions A-Town Down Under und dann steht Nick Aldis Backstage mit den Street Profits New Catch Republic und sagt, nächste Woche werden wir einen neuen Number One Contender finden. Dann Logan Paul mit Handy-Promo. Er sagt, seid ihr mad? Ich wäre an eurer Stelle auch mad. Randy Orton, ich bin der echte Legends-Killer. Was habt ihr denn erwartet? Logan Paul, iShow Speed, die Hashtag Logan Paul Levesque-Era US Champion out. Und ja, Basic Handy-Promo vom United States Champion, der, glaube ich, auch mit Backlash jetzt nix am Hut haben wird, sondern dann irgendwann, keine Ahnung, Richtung Saudi-Arabien oder so mal wieder kommt. Ja, denke ich auch. Aber die Promo war für eine Handy-Promo dennoch eigentlich ganz cool. Ich mochte diesen Hashtag Paul Levesque-Era, das fand ich schon ganz witzig. Und wenn euch auch die Logan Paul Levesque-Era gefällt, dann lasst uns das wissen in den Kommentaren. Wir werden auch bei Hauptkampf übrigens drüber sprechen. Da werde ich mit einem Menschen sprechen, der selber bei WrestleMania vor Ort war und der das Ganze live erlebt hat. Könnt ihr euch also darauf freuen. Für alle, die Patreon-Supporter sind oder Kanalmitglied, ihr könnt natürlich auch schon am Themenvoting teilnehmen, eure Fragen einreichen und dann werden wir bei Hauptkampf eine fantastische Wrestling-Stunde haben. Und da freue ich mich jetzt schon sehr darauf. Was ich mal eben ganz galant unter den Tisch abfallen lassen, ist noch ein Backstage-Segment von Kayla Braxton. Die steht nämlich noch Backstage nachher bei Paul Heyman und will wissen, was war denn da jetzt los eigentlich? Und Paul Heyman ist komplett, der ist komplett durch mit der Welt. Der weint, der weint, der ist von den Tränen überkommen. Und dann kommt Tamatonga dazu und sagt, by orders of the tribal chief. Also ist die Frage, okay, hat Heyman das doch, war er der Einzige, der im Dunkeln gelassen wurde? Ist Roman Reigns derjenige, der hier die Shots called von ganz weit weg? Und dann kommt Solo auch vorbei, zeigt seinen Daumen. Heyman fragt sich, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Und die Frage ist, wer ist jetzt der Strippenzieher? Wer weiß was? Wer orchestriert das Ganze? Ist es nur ein Bait and Switch? Ist es ein Spiel von Paul Heyman, der gerade versucht, den Tribal Chief zu verunsichern? Macht Solo komplett sein eigenes Ding? Oder ist Roman Reigns noch der geheime Shotcaller im Hintergrund? Ist es vielleicht auch The Rock, der die Shots am Callen ist? Das wissen wir nicht. Aber das hat man, finde ich, mit diesem kleinen Backstage-Segment nochmal unterstrichen. Und hier habe ich jetzt Bock, das fühlt sich wirklich frisch an. Und hier habe ich jetzt einfach eine Motivation und ein Interesse zu sehen, Chris, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten ausspielt. Ja, mir geht es ähnlich. Und wie gesagt, Paul Heyman hat die ganze Show über großartig performt, wie er da am Weinen war. Ich habe dem Mann das abgekauft. Das war großartig. Und wir sollten alle wirklich nicht The Rock aus dem Hinterkopf verlieren, weil, naja, er hat Cody Rhodes bei WrestleMania gepinnt, Roman Reigns nicht. Wer ist hier der Head of the Table? Wer ist der Tribal Chief? Es bleibt spannend. Und genau diese Ungewissheit, die bringt nochmal genug Spannung rein, um wirklich über Monate zu spekulieren und zu denken, Alter, wer ist das eigentlich? Und ja, großartig, großartig. Ich freue mich auf alles, was mit der Bloodline passiert. Alleine das ist schon wieder so ein Lichtblick für SmackDown die nächsten Wochen. Also egal, was da für Quatsch kommt, das wird eine Story sein, auf die ich richtig heiß bin. Ich wäre jetzt bereit gewesen für ein Main Event, aber erstmal kommen Chelsea Green und Piper Niven heraus. Wir sehen dann, wie die sich vorhin in der Show Earlier Today, wie die sich bei Nick Aldis versucht haben einzuschleiben und für SmackDown beworben haben. Die würden sagen, du willst uns ja nie von der WrestleMania-Card lassen. Du bist ein toller Typ. Und dann sagt er, ja, okay, ich mache euch mal ein Match klar. Und sie treffen jetzt auf A Storm is coming. Jade Cargill und Bianca Belair. Das letzte Tag Team Match von Jade Cargill habe ich einmal zurückgeschaut. Also das letzte 2 gegen 2 Tag Team Match fand statt. Am 8. Februar 2023 bei AEW Dark Elevation mit Leila Gray gegen DD Doom und Dalsch Tormenta. Okay. Ja, wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Oder erinnerst du dich an ein großes 2 gegen 2 von Jade Cargill? Ähm. Na? Da war bestimmt mal was mit Red Velvet und so. War vielleicht doch mal was mit Shaq und mit Cody. Ach ja, mit Cody, Shaq, mit dem Tischspot, natürlich. Da war Jade Cargill ja auch drin. Daran erinnere ich mich sogar, ja. Also eine richtige Tag Team Spezialistin. Und ja, also weil 2 gegen 2 aus vielen 2 besteht, macht Jade Cargill genau 2 Moves, nämlich einen Tritt und einen Jaded Pferdek. Damit war es auch durch. Bianca Belair dreht ihren Pferdeschwanz. Jade spannt die Muskeln an. Und ja, Entrance ist länger als das Match, kann man verbuchen. Wenn man sich jetzt fragt, Chris, wo könnte er das hinführen? Ich glaube, man hat jetzt einen Plan mit Jade, weil scheinbar geht ja gerade nicht mehr. Also es war bei WrestleMania, so, es geht jetzt in die Squash-Match-Richtung und man sieht jetzt auch, warum AEW sie nur so eingesetzt hat, wie man es hat. Es geht halt nicht mehr. Meine Vermutung ist jetzt folgende. Ich glaube, die versuchen jetzt dieses Tag-Team-Ding mit Bianca, damit die beiden auch ein Vertrauen aufbauen und eine Chemie aufbauen. Und von mir aus kriegen die auch einen Run als Champion, whatever. Aber irgendwann wird dann der Turn kommen von Jade. Sie wird gegen Bianca gehen. Sie wird den Heels-Cyborg spielen. Und sie wird dann gegen Bianca wahrscheinlich Richtung Summerslam oder so, vielleicht sogar später, ihr erstes, richtiges, längeres Singles-Match haben. Und das ist für sie die Feuertaufe. Wenn sie nach all dieser langen Vorbereitung gegen Bianca, weil er mit ganz viel einstudieren, kein geiles Match auf die Beine stellt, wo WWE sagt, damit sind wir zufrieden, das holt die Leute ab, das bringt ein Stadion zum Feiern, dann bist du für uns vielleicht eine Fehlinvestition gewesen. Wenn aber das Ganze abreißt und man sagt, okay, man muss ein bisschen mehr Zeit reinstecken, bevor was draus wird. Gut, Ding braucht Weile, aber dann kann Jade auch im Ring halbwegs abreißen. Und dann, glaube ich, wird man damit zufrieden sein. Aber das ist jetzt so meine Denkweise. Ich glaube, Bianca soll sie dann jetzt durchcarryen und das wird in einem Einzelmatch gipfeln. Und dann muss Jade halt gucken. Sie ist halt nicht die passionierte Wrestlerin. Ich finde, das merkt man halt durch und durch. Das merkst du schon, ja. Es ist halt relativ basic, was sie macht. Aber ich würde dir beim Punkt und mit der Story ein bisschen was twisten. Ich glaube, dass Bianca tatsächlich die sein wird, die Heel-Turn. Weil mit Bianca als Face ist eigentlich alles auserzählt. Und man hat sie die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen geteast. Als es dann hieß, ja, hier, Naomi, du unterstützt Bayley. Das kann ich nicht gut heißen. Und da hat sich schon so ein paar Heel-Seiten gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt und dass quasi die Story wird, ja, Bianca ist neidisch darauf, dass Jade das Spotlight quasi stiehlt, was da kreiert wurde vor einer Jade Kargel. Das würde für mich mehr funktionieren, weil Jade als Face auch eigentlich gut over ist. Von daher gucken wir mal, wo das hingeht. Grundsätzlich die beiden gegeneinander. Das kann funktionieren. Ich glaube, Jade Kargel muss sich darauf einlassen, mehr zu trainieren, mehr Wrestling zu fühlen und zu lieben, weil anders wird's halt schon auf Dauer schwer. Ich meine, es gibt viele Rester, die auch erzählen, du musst halt mit diesem Schedule klarkommen, immer on Tour zu sein und zu wrestlen und dich weiter vorzubilden. Und da muss Jade Kargel drauf klarkommen. Also nur als diese Attraktion, die immer zwei Moves bringt. Das reicht mir nicht. Da muss mehr kommen und das könnte halt wirklich sein, dass wir in einem Jahr drauf blicken und sagen, das war das größte Fehlinvestment, was die WWE die letzten Jahre gemacht hat. Auch wenn eigentlich alle Ansätze da sind, die da sein müssten. Aber ja, Jade muss sich committen, Jade muss wrestlen wollen und dann wird das auch gut. Sie wird halt, und das ist aber glaube ich auch kein Geheimnis, sie wird halt weiter die Denkweise haben, WWE ist mein Sprungbrett für die ganz großen Sachen in Richtung Hollywood oder so. Aber ein bisschen, also selbst ein The Rock musste vorher so 4, 5, 6 Jahre bei WWE seinen Mann stehen und Jade muss dann ihre Powerfrau stehen, sag ich mal, wenn sie das geschafft hat. Ich meine, wenn du bei WWE ein gewisses Level hast, dann kannst du ja tatsächlich viel überspringen, kommst nur alle paar Monate und machst deine paar Moves und kannst wieder gehen. Bis du aber auf diesem Status bist, musst du grinden. Triple H, liebe Grüße. Und diesen Grind muss dann auch Jade Kargel an den Tag legen und das, was man halt immer wieder auch aus den Performance-Centern so hört, ist, da geht sehr wenig voran in der Entwicklung. Dementsprechend gucken wir mal, man wird es immer vor den Kameras so verkaufen, dass es um ihre Stärken aufgebaut ist, dass sie nicht viel machen muss, aber ich glaube, man wird trotzdem irgendwann mal austesten müssen, was ist in einem Singles-Match drin und ich glaube, Bianca, das ist dann der Way. Kevin. Obi, warte, bevor du weitergehst, wie aufmerksam hast du das Match geschaut? Hast du jetzt noch einen dritten Move gefunden oder was kommt jetzt? Kein Move, es gab wieder Glitch-Effekte während des Matches. Ah, rechts unten. Rechts unten, in denen stand You forgot about us. Also auch wieder in diesem Glitch-Effekt, man teast also das mit Onkel Howdy und Alexa Bliss weiter an. Das könnte natürlich auch eine Story sein, in die es dann geht. Na, Alexa da rein. Hoffentlich nicht für Jade Kargel. Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht wie, aber das ist mir nur aufgefallen. The Fiend versus the Cyborg. Ja, bei Raw ist nämlich in die Kommentare geschrieben worden, sind euch die Glitch-Effekte nicht aufgefallen bei Bronson Reed? Doch sind es. Also man teast es schon an, dass Onkel Howdy da wiederkommt und wahrscheinlich auch in Alexa Bliss. Und das ist in diesem Match weitergeführt worden. Deswegen wollte ich das kurz ansprechen. Glitschig ist das. Glitschig, glitschig. Wir glitschen uns ins nächste Segment. Kevin Owens leitet sich das Mikro-Backstage von Byron Saxton, schnappt sich ein Detroit Tigers-Gürtel, schubst sie am Punk-Merchandise vom Tisch. Nettes Detail. Kamera folgt ihm dann durch die Backstage-Area, durch die Gorilla-Position geht es nach draußen. Jamie nimmt das Mic, Bruce spielt meine Musik. Das war eine coole Art und Weise, finde ich, eine Promo zu halten. Und dann geht es rein in unseren Main-Event. LA Knight trifft auf den Sieger dieses Matches, bestehend aus Kevin Owens, Ray Mysterio und AJ Styles. Es war ähnlich wie das Opening-Triple-Thread. Es war wirklich, es ist ein kurzweiliger Snack, es gibt keine großen Pausen, es ist nach dem WWE-Weekly-Protokoll geworkt. Nicht all-out gehen, Bumps-weise wählen, kein unnötiges Risiko und erstmal nur das machen, was nötig ist. Bis die letzten drei Minuten dieses Matches anbrechen. AJ Styles soll gepowerbombt werden, springt über Owens hinweg, Pelle-Kick. Ray Mysterio springt dann AJ in die Parade beim Styles-Clash. Kevin Owens schnappt sich AJ und Ray double-stacked German Suplex. Das hat die Crowd richtig mitgenommen und dann gab es This is Awesome Chance. Cleveres Match-Layout, richtig coole Spots drin. AJ Styles wird dann quasi in die Seile gelegt. 619 kommt Kevin Owens mit dem Stunner auf dem Apron, geht selber aufs Top-Row, will das jetzt finishen. Aber die Swanton wird gekontert. AJ Styles zieht die Knie hoch. Ray Mysterio ist wieder da. Head Scissor vom Top-Row soll kommen, aber AJ Styles ist zu stark. Er hält ihn. Kontert. Avalanche-Styles-Clash auf Kevin Owens vom Top-Row runter. Also das hat es richtig in sich. Richtig geile Aktion. Ey, und dann war das Match nach neun Minuten vorbei, aber die letzten drei Minuten, würde ich sagen, die waren echt, die letzten zwei, drei Minuten waren echt richtig gut. Davor war es eben normal WWE-Weekly. Aber, ja, die beiden könntest du mir auch 20 Minuten hinsetzen. Die würden ein richtig episches Match auf die Beine stellen, aber WWE, moderner WWE-Stil heißt, sowas machen wir in den Weeklys nicht. Gerade jetzt auch bei SmackDown ist das nicht Teil der Philosophie. Wenn du dir heute die Matchzeiten anguckst, wir hatten neun Minuten für den Main-Event, wir hatten Minute für Cargill-Bianca, wir hatten neun Minuten für das Naomi-Match, und dann hatten wir eine Minute Bron Breaker und den Opener, den hatten wir acht Minuten. Aber da ist nix, was irgendwie mal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Minuten geht und das passt dann in meinen Augen halt zu dieser SmackDown-Philosophie, die möchte man fahren, aber für diese neun Minuten, Chris, fand ich, hat man dann eigentlich das meiste rausgeholt und damit steht fest, AJ Styles gegen LA Knight, das Match gibt es nächste Woche, das WrestleMania-Rematch und der Sieger trifft dann in Frankreich auf Cody Rhodes. Das war ganz cool und definitiv auch besser als das erste Triple Threat-Match, was wir bei dieser SmackDown gesehen haben. Also es war schon ganz cool, du hast es angesprochen, es gab halt ein paar richtig geile Moves, es gab diesen Monkey-Flip in den 649, den fand ich großartig, dann den Stunner auf dem Apron, den haben wir so auch noch nicht gesehen, also es gab auch Moves, die wir selten bis gar nicht gesehen haben und dann das Finish, das war absolut Zucker. Der Styles-Clash auf Kevin Owens, Pin, 1, 2, 3, ja und jetzt bekommen wir das Match, was am meisten Story hat aus diesen drei, also aus diesen Triple Threat-Matches aus den beiden, wir kriegen LA Knight gegen AJ Styles dann bei der nächstwöchigen SmackDown. Es ist ein Rematch, das macht mich dann nicht ganz so heiß, aber grundsätzlich ist es natürlich ein cooles Match und eine gute Ansetzung, von daher gucken wir mal. Wenn ich es predikten müsste, würde ich sagen, dass AJ Styles wahrscheinlich das Titelmatch bekommen wird. Ja und es ist, wie gesagt, es ist halt Übergang, Cody wird ein geiles Match gegen AJ Styles haben und dann ist das auch wieder Schnee von gestern, von daher ist es dafür ganz cool und ja, auch AJ Styles gegen LA Knight nochmal aufzugreifen, das kann man mal so machen. Also es ist halt wirklich der most basic way im Endeffekt, ne und AJ Styles, LA Knight als Rematch zu Wrestlemania, AJ Styles wird sich den Sieg zurückholen, wird dann beim Pay-Per-View gegen Cody Rhodes verlieren und wird dann nochmal gegen LA Knight in ein drittes Rubber-Match gehen und so hast du halt mal easy zwei Monate dann gefüllt und ich finde, dass das eigentlich, ja, das ist wirklich the most basic way und wenn wir jetzt ins Fazit rutschen generell, die Show stand ja im Zeichen der Number-One-Contender-Suche, kriegen ja auch nächste Woche bei den Tag-Teams ein neues Number-One-Contenders-Match, das ist ein Fatal-Four-Way zwischen Street Profits, New Cat Republic, Legado del Fantasma und AOP, die werden dort antreten und ansonsten, wenn du dir das heute anguckst, es gab drei Schlüssel-Segmente, also so waren sie wahrscheinlich im Skript vorgesehen, du hast die Cody-Promo, du hast die Bayley-Promo, die neuen Champions, die ihre Antrittsrede machen und du hast dazwischen das Bloodline-Drama, das waren deine drei Segmente, mit denen du das Ganze aufgehangen hast und dann hast du eine Klammer um die Show herum gemacht mit einem Triple Threat Number-One-Contender am Anfang, Triple Threat Number-One-Contender am Ende und ich sag mal so, es reicht halt alles, um die Welle zu reiten und das ist jetzt nicht irgendwie ultra spektakulär, du hast jetzt drei Wochen bis zum nächsten Pay-Per-View, machst Woche eins die Triple Threat-Quali-Matches, Woche zwei die Sieger gegeneinander, Woche drei das Promo-Duell gegen Cody. Es ist halt absolut easy, wenn du das siehst, denkst du, Wrestling-Booken ist das Leichteste auf der ganzen Welt, Spoiler ist es nicht, aber so kommt es jetzt rüber, WWE, macht einfach genau so weiter, wie es halt im Formular steht und es funktioniert und die Leute fressen es und deswegen alles richtig gemacht und ich glaube, diese Show hatte damit einen guten Flow, hatte genug Highlights und gerade eben mit der Bloodline noch was, wo wir wirklich auch sagen können, ey, da hat man wieder hochqualitativ abgeliefert und das war nichts Vorhersehbares, das war nichts, wo wir sagen konnten, ja, war ja ganz genau klar, wie das jetzt laufen wird und das, finde ich, war ein schönes, unvorhersehbares Element in dieser Show und, ja, hat diese Smackdown-Ausgabe auf ein gutes Niveau gehoben, also deswegen, ich war insgesamt mit dieser Ausgabe, weil sie auch relativ kurzweilig war, doch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, du sagst, Smackdown macht relativ basic weiter, aber in dieser Basicness auch spannend genug, um sich jede Woche halt Smackdown anzugucken, also man geht ein bisschen, ein bisschen slowly nach WrestleMania fort, aber das ist auch richtig so, du darfst jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass jeder Pay-Per-View halt WrestleMania-Qualität hat, weil das ist halt eben nicht so und das ist auch okay, die Leute jetzt wieder ein bisschen runterzuholen, ein bisschen zu entspannen, damit die Road zum Summerslam dann wieder größer wirkt, von daher bin ich da völlig fein mit und auch in aller Basicness, wie gesagt, es ist halt nicht langweilig, du hast ja mit der Bloodline immer noch was, was erzählt wird. Die beiden Triple Threads, da wird es Leute geben, die totale Fans sind, die sagen, ey, wir haben einen Number One Contender bei dieser Smackdown rausgeholt. Alleine dafür ist es interessant genug, die Smackdown zu schauen und deswegen bin ich grundsätzlich auch sehr, sehr zufrieden, also vieles richtig gemacht bei dieser Smackdown, mehr gegeben, als ich erwartet habe und das ist immer ein gutes Zeichen, von daher freue ich mich auf die nächsten Wochen und glaube, dass das cool wird. Ich werde jetzt einfach mal vertreten zu Marcel, einfach meine Awards so ein bisschen verteilen, weil die dürfen nicht untergehen. Ich weiß, Tobi, du bist da nicht so drin, das sind nicht deine Awards, aber für Marcel werde ich das jetzt tun. Blöd ja in der Woche. Chelsea Green, zweimal in einer Woche gegen Jade Cargill mit den gleichen Moves gepinnt werden. Du kommst nicht gut weg, Chelsea, es tut mir leid. Dafür haben wir eine Wärmepumpe, Solo ist ganz klar. Der ist von der Losing Street zum vielleicht Anführer der Bloodline gekommen. Oh, das ist big. Der ist auf jeden Fall die Wärmepumpe der Woche. Ich glaube, darauf können wir uns eidigen, ist der Main Event. Oder, Tobi? Ich möchte mich dem anschließen, was meine Vorredner gesagt haben. Ja, dementsprechend bin ich da ganz genau auf deiner Seite und denke, wir können auch Smackdown den Deckel drauf machen mit dem Fazit, man hat für den Moment gerade noch genug gemacht, damit wir in Richtung Frankreich uns auf was freuen können mit AJ Styles gegen Cody Rhodes sehr wahrscheinlich und ganz wichtig, man macht vor allem genug, damit wir dranbleiben und wissen, oh, da kommt mehr. Oh, da baut sich was auf und das hat das Solo Secor beziehungsweise Bloodline-Segment heute bewirkt und wenn du diese beiden Komponenten drin hast, dann ist deine Show, hat sie wirklich das Mindestmaß erfüllt. So, war es krasses Wrestling heute? Nö, sollte es aber auch nicht sein. Ist halt WWE jetzt gerade, aber Trattensheim war das insgesamt eine Ausgabe, die wusste, was sie sein wollte und das auch sehr gut erfüllt hat. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, das war die Smackdown Review. Wir, ja, machen dann jetzt doch mal eine kurze Wrestling-Pause, gehen raus, haben eine schöne Zeit, gehen grillen. Ich werde gleich einen schönen Spaziergang auf mich nehmen und dann mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Collision Review für alle, die sich mehr Wrestling wünschen, morgen natürlich für Supporter und Kanalmitglieder. Der Hauptkampf kommt auf euch zu, da freuen wir uns und dann ab nächster Woche, ja, gucken wir mal, ob Marcel Weber langsam wieder zu Kräften findet und nicht vergessen, nächste Woche ist ja auch Pay-Per-View-Woche. AEW Dynasty steht an, werden wir natürlich auch ausführlich für und mit euch begleiten. In diesem Sinne, Chris, danke dir für deine Zeit, danke euch da draußen fürs Zuschauen, für den Support, sind wirklich sehr dankbar und versuchen ganz viel Positivität zu streuen, das liegt uns sehr am Herzen und hoffen, ihr habt ein geiles Wochenende, wen es betrifft, bis die Tage, Chris, du hast die Schlussworte, ich bin raus und verbleibe mit GW, genieß Wrestling. Ja, Freunde, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, so kann Smackdown immer sein, also das ist so mein Fazit für dieses Smackdown, ich fand, hier war viel drin, das hat gut was fortgetragen und ich meine, wir reden hier von einer Weekly, es ist jetzt kein Pay-Per-View, mit der Denkweise dürfen wir hier nicht rangehen und für eine Weekly kann Smackdown so eigentlich immer sein. Gute Momente gehabt, ich hatte Spaß, ich hatte auch Spaß mit dir, Tobi, deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür und Freunde, wie gesagt, persönliches Anliegen, checkt alles spotfight.de slash Berlin aus, denn da möchte ich euch alle treffen, euch alle sehen und eine gute Zeit mit euch haben in diesem Sinne, geht raus, genießt den Tag, genießt das Wochenende und bleibt gesund.